Es sind dramatische Szenen, die sich hier in Italien abspielen. Anwohner rufen um Hilfe, mit ihren Kindern im Arm müssen sie sofort ihre Wohnungen verlassen. Die halbe Stadt steht unter Wasser, Rettungsaktionen an jeder Ecke. Wir sind hier in Cesena, ganz in der Nähe des Urlaubsortes Rimini an der Adria-Küste. In der Region Emilia-Romagna wurde in unzähligen Ortschaften der Notstand ausgerufen. Hunderte Menschen wurden evakuiert. Lokal sind über 200 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen, die Pegel der Flüsse erreichen teils historische Werte. Ganze Landstriche, Straßen und Häuser stehen meterhoch in den Fluten. Verantwortlich dafür ist ein kräftiges Mittelmeertief, das vor allem über den Balkan und in Italien für Unwetter sorgt. Dauerregen, Gewitter und heftiger Wind, die Folgen, Hochwasser, Überflutungen und eine Sturmflut an den beliebten Urlaubsstränden. Die Rettungskräfte sind im Dauereinsatz, mit Booten und mit Helikoptern. Alle Infos zur Lage und zum Wetter findet ihr bei uns, auf wetteronline.de